Ich habe überhaupt keiner von Minecraft, aber ich werde jetzt der beste Minecraft-Spieler, den es gibt. Vielleicht. Oder ich habe keinen Bock und Spiel das anderes. Majostadt. So, neue Wo-ja, neue Wo-ja, neue Wo-geht auch. Okay, Majostadt 2 dann. Ähm, Game-Mode Survival, oder? Survival ist, wenn ich einmal sterbe, ist vorbei, oder? Oder Hardcore? Creative. Survival, ne? Search for Resource, Craftling, Craftling, Crafting, Gain, Levels, Hunger, and, ja. Ähm, Lock as hard as difficult, one life. One life. Ne, das ist nix. So, Survival. Brauchen wir More World Options, oder nicht? Ich nehme meine Hände hoch. Ich habe gar keine Ahnung von nichts. Ich weiß nichts. Gott, ist das spannend. Was passiert da? Sieht aus wie... Ein Viereck. Mein Gott, es wird größer. Es übernimmt mich. Hilfe! You know nothing. So, ich bin drin. Lade erstmal, wir lassen uns erstmal laden kurz. Also, das da oben sieht komisch aus. Wir machen die Wolken auch aus, die sehen nämlich richtig scheiße aus. Video-Settings. Camp kleine, ja, Camp können wir ein bisschen kleiner machen. Ähm, brrrrrapp. So, was sollen wir machen? Ist die Map immer gleich für jeden? Habe ich gerade Danish bekommen? So. Also, wir haben auf Steuerung 1, wir haben Feuer in der Hand, oder? Was habe ich hier in der Hand? Das sieht aus, wir müssen analysieren. Warte, ich mache meine Hand eben, äh, dass ihr meine Hand sehen könnt. Das ist sehr wichtig. Ich habe in der Hand einen Honigtropfen mit zwei Augen. Geil! Sehr gut. So, wir hauen jetzt erstmal den Wolf der Hände aufs Maul. Das ist das Erste, was wir machen. Wir können mit einem Bambus den Baum schlagen. Geil. Das sind die Spitzhacken aus dem Mittelalter. Kriege ich das jetzt, oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Oh, jetzt! Ach, gedrückte! Ach, jetzt! Ah! Nice! Geil! So, ich haue jetzt erstmal den Wolf hier aufs Maul. Mit einem Bambus-Stock. Komm her, Bruder. Oh, hier, was sind das da? Die sehen böse aus. Kühe. Das sind wirklich Kühe. Eine Ewigkeit später. Ja, ich habe ihn gekillt. Sehr geil. Was soll ich machen, Leute? Wo finde ich Rezepte? Was soll ich tun? E. Bam! Jetzt habe ich... Ich mache aus Spro's Lock Spro's Planks. Okay. Ich sehe ja scheiße aus. Sehen die immer so aus? Achso, das kann ich jetzt einfach rausnehmen dann, ne? Ist das richtig? Kann ich noch mehr rausnehmen? Ja, okay, cool. Und was mache ich damit jetzt mit den Spro's Planks? Die kann ich jetzt hier unten reinpacken, richtig? So. Ihr könnt gerne Dinge droppen, wenn ihr möchtet. Wir machen mal ein Backseat Gaming ruhig ein bisschen an, ne? Damit wir ein bisschen vorankommen hier in dem Game. Allerdings müssen wir den Tisch hier oben hinstellen. Das ist nämlich der Tisch der Götter. So. Bam! Cool. Geht zum Dorf. Okay, dann nehmen wir die Kiste mit, ne? Ein Dorf. Ah, das braucht übel lange. So, ein Dorf. Da hinten das? Ist das ein Dorf? Ist das ein Dorf? Okay, hier ist eine Straße. Wir nehmen die ganzen Pilze mit, ne? Hä, Bruder? Und was hört sich hier komisch an? Ich muss nimm meinen Bambusstock raus und ich bin bewaffnet. Alter, das ist ja voll scary das Gameplay. Ich will nur Pilze sammeln. Ich hab, ich bin bewaffnet, ich hab nen Bambus. Kann ich auch Wasser einsammeln? Cool. So, hier rein oder so? Hallo. Kann ich das bündeln? Wem gehört denn da? Ist das jemand? Ne, das nehmen wir jetzt einfach alles mit, oder? Kann ich das alles mitnehmen? Ich hab' einen Moment. Was passiert? Hier kann ich das? Ah, okay. Nice. So. Awe. Was passiert hier? Das ist voll scary. Das ist... Uti. Ja, ja. Sama. Ich hab' einen Mal. Du? Ja, ja. Sama. Ich hab' nen Bambus. Da ist ein Pferd, das feiert Party. Moin, was geht's? So. Ähm. Ja, da können die mal ihre Scheißfresse halten. Scheiße. Uti. So. Uti. Was sollen wir jetzt machen? Gehen die Häuser. Okay. So, wir nehmen jetzt einfach alles mit. Ist das richtig? Ne, das hier ist ja gar nichts dran. Uti. 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 Ist hier noch was? Ne. Okay, wir bauen. Wir nehmen einfach... Pass auf, wir bauen einfach. Du kennst lieb. Ja, ich will das haben. Kann ich nicht bauen, oder? Kann ich das nicht mit dem Baum? Geht nicht, Leute. Ach, links liegt. Oh shit, Leute. Okay, mein Bett. Mein Bett. Wisst ihr was? Ich baue einfach so ein ganzes Haus ab. Hier die Tür nehmen wir mit. Ich baue ihn ab. Oh shit! Der ist jetzt bestimmt voll aggro und will mich töten. So, ich nehme noch mal ein paar Pilze mit. Weil irgendwie, ich hab' das Gefühl, ich werde locker verhungern im Spiel. Höhle buddeln. Ja, ich brauche erstmal Werkzeug. Sonst dauert das Buddeln doch voll lange, oder nicht, Leute? Geht das verkehrt? Mit dem Tisch hin gemacht hast, kannst du Werkzeug und Waffen machen. Okay, es wird jetzt dunkel. Jetzt sollte ich lang sein. Wir können ja in der Stadt eine Höhle buddeln. Dann... Oder ich buddel jetzt ja... Lol, der ist ja klein. Haha, du ist ja klein. Ich nehme dir deine Tür weg. Haha. So! Und dein Bett gehört auch mir. Die Kiste auch. Oh lol! Das ist ja... Geil! Also, ich weiß, dass viele Gefahren... Boah! Draußen, das weiß ich. Das heißt, wir sind einfach... Ähm... Guck mal, der macht sogar auch ihr Splash-Damage, Leute. Das ist ja cool. Okay, wir gehen direkt für die Fights, Leute. Hier, Skelett, komm her. Der hat Angst! Ich meine, hätte ich auch, aber... Ach, der Wolf, der gehört besteht aus bestimmten Maid von Waffen. Komm, wir haben den jetzt auf den Sack. Ja! Ihr rennt, ich hab ein Schild! Au! 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 Okay. Ja! Das ist... Ha! Okay, Bruder. So... Leider nicht gleich böse, ey. Tschüss. Sag mir, dass ihr nicht reinkommt hier, sonst sind wir gleich tot. Oh, schitz! Das wollte ich nicht. So. Ne. Wie esse ich denn das jetzt? Kann ja ja durchs Fenster gucken. Hier ist bestimmt auch... Nice! Ne Spitzhacke! Und ne Waschmaschine! Ey! Was ist das? Der arme Bruder! Josef! Komm rein! Josef! Komm! So, wir machen mal... Ich glaube, das hier steht Iron-Platte. Wie zieht das an? Au! Geil! Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sexy aussah als dieser Bambuskrieger. Ey, wir sind richtig... Wir sind richtig im Late Game angekommen. Ja! Ja! Sag was dieser Skelett... Oh, lol. Der ist ja richtig groß. Der sieht gefährlich aus. Oh! Das ist cool! Ah! Ja, komm her! Ich bin... Proficrafter! LP! Ja, guck mal! Kann gar nichts! Alter! Mein Bambus hat voll viel Range! Ha! Guck mal! Das ist wie bei Godwig! Heffiges Spiel! Ich bin zwar gemacht mehr Damage, aber die wird auch kaputt, oder? Nice! Jetzt kann ich ihn essen! Advanced Made Monster Hunter! Ja! Wer sieht das so? Bam! Bam! Jetzt sind wir ein Zombie, oder was? Oh Gott! Scheiße! Ich sterbe, Leute! Was mache ich jetzt? Ich will noch eben die Pilze einsammeln. Der Bruder schon wieder, aber der... Der... Sollen wir noch ein... Ja, komm, den... Ja, komm, du kriegst jetzt! Ha! Ha! Hä? Der ist ja voll free! Ja, komm, dann kriegst du auch noch mal eben's! Na! Ja, komm! Okay, und jetzt schlafen, sagt ihr? Ich hab ja... Wie, wie... Ich hab ja ein Bett! Ich craft mir jetzt einfach ein Bett! Da steht's! Gute Nacht! Einfach mal im Freien! Ne, das ist wichtig! Ja, okay! Ja! Einfach mal im Freien! Der sieht richtig böse aus! Wie sind die noch alle da? Ich hab das Gefühl, die sind richtig böse alle! Bruder! Wieso sind hier so viele Dinger? Ich dachte, die gehen weg! Leute! Was ist das für ein schwieriges Spiel? Oh, geil, Händchen! Geil, noch ein Händchen! Großes Händchen! Vierbeiniges Händchen! Also, ich muss immer Full Life sein, damit ich mich regeneriere! Boah, die man schweren! Ich hab ne Spitzak und nen Bambusstak! Was will man mehr? Guck mal, wie schnell das weg geht, Leute! Man muss ja 24-7 essen! Ähm... Der... Sieht aus wie aus Tetris! Den hauen wir erstmal mal kaputt! Okay, welcome! Weil die Klinge zwei schneiden hat! Welcome! Der auf jeden Fall bragt! Warum hab ich so für uns? Soll ich jetzt einfach in die Erde buddeln? Sag mir, was ist der Plan? Sagt ihn mir! Ihr seid die Plan-Maker! Buddel ein Loch in die Luft! Bauhelm Klamms nach Leute! Crafting Table! Da steht da! Ein Stock und zwei Eisen! So! Setzt du unten... Unten ein Stock und drüber zwei Eisen! Ah, ok! So! Ah, ok! Oh, lord! Ähm... So! So! Ein Stock und oben zwei Eisen! Ist doch ein Stock und oben zwei Eisen! Bilde ein Schwert im Table! Ah! Ah! Wow! Du spielst ja voll Late Game! Ah! Nice! Ok, Leute! Sollen wir hacken jetzt? Wir brauchen aber einen guten Ort zum Hacken! Ne, wir müssen ja jetzt erstmal... Axt und Schaufel wäre noch gut! Ok, Axt und Schaufel! Ok, passt auf! Das schaff ich alleine! Passt auf! Ich hoffe nur, ich hab die richtigen Crafting Materials dabei! Ich bin jetzt Pro-Gamer! Scheiße! Ah, naja! Jetzt hab ich nämlich direkt da unten! Da wollte ich ihn nämlich haben! So! Pass auf! Ich mach das jetzt! Eine Schaufel auf jeden Fall! Axt! Ja, so! Wir gucken, was wir... Ne, erstmal muss ich eigentlich... Ok, wie sieht eine Axt aus? Ich würde sagen, eine Axt sieht so aus! Hm... Vielleicht... Hier? Oder... So! Ok, das klappt nicht! Ah, hier! Schaufel! Ja... Zweimal Holz und ne... Und... 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 Und das, oder was? Drücken... Die Pros machen das so richtig schnell immer so... Bap, bap, bap... Oder so, ne? Zack! Guckt ihr an! Schaufel, Leute! Besser hätte man's nicht machen können, sind wir ehrlich! Das heißt, zweimal Kiste gleich... Holz? Ja! Jetzt mach ich einfach Shift, habt ihr gesagt! Oh! Jetzt hab ich sehr viel Holz! Okay, ähm... Und jetzt brauch ich ne Schau... ne Axt! Ne Schaolin-Axt! Das heißt... Zweimal das und wir haben kein Eisen mehr! Ja, okay! Wir brauchen ja auch nur ein Spitzhacker! Aber mein Spitzhacker ist gleich weg! Was brauch ich denn für ein Spitzhacker? Die ist ja bald leer! Zweimal Stock und dreimal... Wo krieg ich jetzt Eisen her, Leute? Doch, du hast doch vier... Wo hab ich's? Ach, da unten doch! Okay, okay, ja, okay! Ich hab gewonnen! Eins, zwei Stock und dreimal Eisen! Okay, ja, ich hab gewonnen! Kann ich das auch einfach so machen? Das ist ja free! Das ist ja viel einfacher! Du brauchst einfach nur anklicken! Das Ding ist ja viel einfacher! So! Wir brauchen jetzt einen guten Ort! Wir brauchen jetzt einen guten Ort, wo ich tief... Oh, da ist ein rotes Torpedobootfisch! Bau dir deinen See ab! So! Ähm... Wir müssen uns jetzt runtergraben! Aber wir müssen irgendwo da... Oh, da oben graben wir uns runter! Weil wir müssen ja irgendwie das wiederfinden! Hier oben, das finde ich doch wieder! Hier oben, wo der eine Stein ist! Auf geht's! Lol! Ich glaube, das war die... Ich glaube, das war die beste Grabung, die je gemacht wurde, oder? Ich hab einfach den... Den geheimen Ort, wo Jon Snow mit der einen Liebe gemacht hat, gefunden! Direkt! First try! So, und jetzt graben wir runter! Wahrscheinlich... Alter, das dauert ja ewig, Leute! So! Bausachen! Nur mit dem entsprechenden Werkzeug ab! Holz mit Axt! Erde mit Schaufel! Hey, die Schaufel ist voll langsam! Stein mit Spitzhacke! Sonst geh in deine Werkzeuge und bekommst keine Forderung! Okay, die Spiele Holz... Ist halt ne... Okay, ist ne Holzschaukel halt, ne? Ist doch ja ewig, Leute! Da hat man's euch jetzt runterbuddeln! Ist das euer Ernst? Das ist Stein! Ja, ich soll jetzt jedes Mal weg... Ah, lol! Ja, okay, das ist ja voll heftig, das Spiel! Okay, Leute! Okay, das heißt... Wie baut man eine Fackel? Holz... Und das! Bam! Bam! Guck mal, geil! Jetzt sehen wir auch was! Was hab ich hier gebaut? Das ist ja verrückt, Leute! Können wir uns mal angucken, was ich hier gebaut habe! Mann, die Fackel geht sogar hier um Ecken! Das ist ja richtig coole Fackel! Ich glaube, ich komm hier nie wieder raus! So, also, Leute! Tiefer buddeln? Oder... Tiefer Tobi, tiefer! Tiefer Tobi! Straight runter buddeln! Ne, straight runter komm ich da nie wieder raus! Das macht ihr sagt ja auch extra, dass ich dann nie wieder da rauskomme! Also, ja, okay, wir können halt so machen! Das können wir machen! Oh, ich hab was ge... Ich hab die Fackel abgebaut! Ja. ốt.